Achso, was natürlich hier... Ja, die dürfen sich gern kloppen, das ist kein Problem. Genau, ich muss natürlich auch oft Gebäude abreißen, die ich von dem Gegner erobert habe, weil ich mit denen nichts anfangen kann. Ja, man sieht es ja. Manche kann ich umwandeln, allerdings macht das auch nicht immer Sinn. Also viele von diesen Gebäuden sind ja ganz schön und gut, wenn ich die umwandeln könnte, aber es macht einfach aus meinem Wirtschaftstheben heraus keinen Sinn. Ja, man sieht, das hat jetzt ordentlich was gebracht, die neuen Provinzen, dass ich die entwickle. Vor allem, ich fange die an, Früchte zu tragen, jetzt wo hier fertig ist. Beziehungsweise, was natürlich Geld bringt, ist auch die Zerstörung von den Gebäuden, die ich erobert habe in den Provinzen. Also dadurch, dass ich hier Gebäude abreiße, dafür bekomme ich auch Geld. Wenn ich hier draufklicke, kriege ich auch Knete. Da ich hier die entsprechenden Rekrutierungsgebäude und enttapft reguläre Truppen, kann ich hier halt auch nichts rekrutieren. Ich könnte hier nur Söldner, weil die meisten dieser Söldner wirklich scheiße sind. Die, glaube ich, sind vielleicht eine schlechte Kabadogische Schwere Kavallerie, die Schockreiter. Ich glaube, dass die kritischen Bogenschützen vielleicht nicht schlecht wäre, aber ich halt meine trotzdem für die besseren Bogis. So, wie gesagt, das muss jetzt alles noch nach und nach entwickelt werden. Hier kann ich jetzt schon die ersten, hier ist die Gebäude schon fertig, in Asia. Hier könnte ich jetzt wen ausheben? Die 15. Und die 16. Die 16 habe ich schon ausgehoben. Viele Einheiten gibt es auch an anderen Stellen. Also es ist nicht festgenagelt, nur eine Provinz gibt eine Legion, sondern es gibt manchmal vier oder fünf oder sechs Regionen, die stellen alle Truppen für eine Legion. Also in dem Fall eben von mir aus für die 16. Die 16. Gallica kann man hier ausheben. Ein Teil von Gallien oder Spanien irgendwo. Ach, guck mal an. Die habe ich, glaube ich, schon, weil man die auch ausheben kann in Makedonien. Also es wurde auch ein enormer Aufwand betrieben für die Recherche von den Einheiten. Also in meinen Augen steht diese Mod daher auch ganz klar in der Tradition für Europa, Barbarorum und Romaso Rectum 2. Was meiner Meinung nach die beiden besten Rom-Zeit-Mods für Rom 1 waren. Es gab ja eine ganze Reifen, ganz wunderbare Rom 1-Mods. Die habe ich ja jetzt sind viele davon mittlerweile auch im Faktor Games er schief gezeigt. Ein paar hat es noch gehabt gezeigt. Das wollte ich ja noch machen. Stimmt ja. Gumm, guck mich da zu noch kommen. Ähm, ja. Das könnte jetzt zum Zeigen. Wir könnten Kampf zeigen, oder so. Wobei, ich habe die große Schlacht geschlagen. Also wir haben hier relativ häufig auch, also in meinem Fall, Ausbrüche von Typhos und sonstigen Krankheiten. Hier sieht man zum Beispiel, die Provinz hat Nahrungsmittelprobleme, weil zur Zeit ja der Umbau stattfindet. Und die Versorgung einfach nicht steht. Und zudem auch noch die Truppen hier drin stehen in der Masse. Dadurch ist hier, dass die Provinz nicht schnell leer gefuttert ist. Dadurch haben wir natürlich die entsprechenden Effekte. Und was hier natürlich auch wichtig ist, das hier wirklich immer im Auge behalten und ihre Treue. Und das wirklich auch nutzen. Zum Beispiel hier der Nasebär, der ist jetzt am rumnüllen. Ja, der ist unzufrieden. Allerdings hat er auch keinen Einfluss. Also der ist nirgendswo Gouverneur oder General. Das heißt, es ist mir egal, ob er unzufrieden ist. Aber ansonsten sollte man das da wirklich immer ausnutzen. Hier mit zügiger Loyalty, mit den entsprechenden Charakteren, dass man die sich bei Stange hält, die Leute. Und wertvolle Generäle oder Gouverneure auch ruhig mal in die Familie einheiraten lassen, wenn man die entsprechenden Töchter hat hier im Stammbaum. Also das ist wirklich wichtig. Und das ist auch gar nicht zu unterschätzen, wie schnell das Übelst nach hinten losgehen kann. Das kennt man ja aus Attila mit den Bürgerkriegen, die man da rumzog hat. Gut, also wie gesagt, deutlich schwieriger, deutlich herausfordernder als Rom 2. Aber wie gesagt, war auch sehr lohnenswert. Kann ich nur jedem ans Herz legen, der Rom 2 mag und der gerne römische Kampagnen spielt. Ich habe mich hier mit größter Begeisterung festgesuchtet gehabt eine Zeit lang. Zurzeit bin ich ein bisschen weg davon, weil ich zuletzt Warhammer 2 gespielt habe, wieder. Aber bei Gelegenheit setze ich hier die Kampagne natürlich fort. Jetzt haben sie hier die Truppen verschoben. Zweite ist eigentlich schon nicht wieder Kampf. Man muss auch oft gucken, dass man die Legionen zusammen einsetzt. Jetzt, da ich hier kleinere Verbände habe, also so 12 bis 14, ist eigentlich eher die Regel irgendwo dazwischen. Also man sieht, 13 bis 14 ist eigentlich die meisten meiner Legionen zurzeit. Setze ich meistens zwei gleichzeitig ein in der Schlacht oder bei einer Belagerung, um damit trotzdem die Zahlenwesig entweder Überlegenheit oder Gleichstand zu erzielen. Wir gucken hier mal vor mit der zweiten. Jetzt, hier ist keiner drin. So, und teilweise, das ist jetzt ziemlich erbärmlich, aber teilweise trifft man auch auf enorm starke Feindverbände. Wer in diesen Städten kraftt, wenn auch ein Allgeneral in seiner Armee drin sitzt, kann das schnell zu einer ziemlich knackigen Schlacht geraten. Das hier ist natürlich jetzt Pille-Palle. Wir können die jetzt trotzdem mal schlagen. So, und das ist natürlich das Schöne an Attila, im Gegensatz zu Warhammer. Wir haben auch richtige Stadtkarten mit richtigen Möglichkeiten und Herausforderungen. Gut, in dem Fall halten die sich schon Grenzen, weil der Gegner einfach so schwach ist. Dann gehen wir mal rein. Hier, aha. Ich bin, wie meine Vorfahren, wie meine Vorfahren. in the expectation of victory. We will go over those walls and into those streets and homes. We will need nothing but tears. Make ready. Ja! Roar! 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 Die Ohnager sind halt übelst ungenau. Deshalb bin ich immer ganz dankbar, wenn ich zwei Legionen dabei habe, bei so einem Angriff. So, und die Einheiten unterscheiden sich also nicht nur auf der strategischen Karte, durch ein nettes kleines Bildchen, sollen die unterscheiden sich auch wirklich deutlich nicht nur in den Texturen von ihren Schilden optisch sein, sondern auch von der Ausrüstung, von der Form der Helme, teilweise der Kettenhemden, Rüstung, Waffen sind zwischen den verschiedenen Legionen offensichtliche Unterschiede zu sehen. Finde ich auch mal ganz interessant, wenn die hier oben draufknallen, dann sie runterfallen. Das armenische Fußvolk hat mich bis jetzt nicht so nicht beeindruckt, aber ich habe jetzt ein, zwei extrem harte Schlachten geschlagen gegen armenische Feldarmeen, die entsprechend Kavallerieverbände hatten, und die waren schon knackig drauf, also die armenische Kavallerie. Da bewährt sich manchmal sogar die Taktik von Attila, dass man sich lieber verbunkert, also vorrückt und dann immer eingräbt oder von Stadt zu Stadt, sodass ihre Feldarmeen gezwungen sind, Städte oder befestigte Positionen anzugreifen. Weil diese starken Kavalleriearmeen, gegen die haben diese klassischen römischen Legionen immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Ah ja, historisch so. Das ist wirklich übelst ungenau, die Unage. Wir kümmern uns mal gleich weiter um den Turm, aber jetzt schießen wir vielleicht besser erstmal tatsächlich ein Loch hier irgendwo rein. Nicht, dass am Ende der Angriff scheidet, weil wir es nicht rechtzeitig hinkriegen, ein Loch in die Mauer zu bekommen. Wenn die Munition alle ist, in dem Ohrnagel. Das war mal ein schöner Treffer. Mal gucken, ob sie es rechtzeitig schaffen, oder ob es tatsächlich die Munition vom Ohrnagel ist. Mal gucken, ob er früh zu Ende ist. Na, auf dem Weg noch den Turm erleg' ich, so ganz gut. ium Komm auch erst mal den Turm erleg' ich nicht! demonstrate �er lyrics Untertitelung des ZDF, 2020 Auf jeden Fall sind die Triarier so eine Art zeremonielle Einheit natürlich, aber ich behalte sie natürlich auch, weil es wirklich eine sehr schöne, kampfkräftige, schwere, sperrträge Einheit ist, die hier und da wirklich ganz entscheidend gekämpft hat, gerade gegen Kablerieverbände. Also, da ich hier nicht mehr ausheben kann, musste ich kurz bevor klar war, das war es jetzt mit dem, also die, bevor die Reform erforscht war, das macht man, ach, das ist übrigens auch hier interessant, das macht man hier nicht wie bei Rom 2, dass man einfach zu einem gewissen Zeitpunkt die Reform triggert, sondern hier ist das abhängig von der Forschung, das heißt, man kann das selbst beeinflussen, wann das kommt und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Und man kann sich da ein bisschen drauf einrichten und da hatte ich entsprechend eine ganze Legion, nämlich die Achte voll rekrutiert, nur mit Triariern, das war ziemlich teuer, einfach in Vorbereitung, weil ich hier eben, wie gesagt, für jede Legion eine Kohorte behalten wollte. Ja, das ist ja auch hier. Blocks! Buh! 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 Ja, ich kann mich nicht mehr warten, ich kann mich nicht mehr warten. Das war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. 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 Das war's.